Vor Ihnen steht ein Land Rover aus dem Baujahr 2016. Ein leistungsstarker Dieselmotor sorgt für den Antrieb dieses SUVs. Mit dem Bluetooth-System können Sie einfach und sicher freihändig telefonieren. Sie machen jede Fahrt zu einer sicheren Fahrt dank der Vorkehrungen wie ESP, vordere und hintere Parksensoren und Xenon-Scheinwerfer. Zur Ausrüstung dieses Autos gehören außerdem ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Möchten Sie dieses Auto selbst erleben? Dann klicken Sie hier, um einen unserer Mitarbeiter zu kontaktieren. Untertitelung des ZDF für funk. 2017